Die neurowissenschaftlich erwiesene 1 Milliarde Dollar Routine von Andrew Schuberman. Mein Leben lang war ich verrückt nach Morgenroutinen. Ich habe alle Morgenroutinen, an die ich irgendwie meine Hände bekommen konnte ausprobiert und genauso alle Routinen, die mir irgendwie dabei helfen sollten, neue Gewohnheiten aufzubauen. Egal ob von Ali Abdaal, Iman Gazi, früher Joe Trank oder Tim Ferriss. Aber ich habe noch nie eine gefunden, die mir wirklich so spürbar mehr Energie, eine bessere Laune über den gesamten Tag hinweg, weniger Müdigkeit und fürs Lernen und fürs Arbeiten einen solchen Laser-Fokus gibt, wie die, die ich mir selber zusammengebastelt habe, nachdem ich Andrew Schubermans wissenschaftliche Entdeckung selber für mich entdeckt habe. Deswegen möchte ich dir jetzt eine Routine mitgeben, die du wirklich langfristig, realistisch so durchziehen kannst und nicht nach einer Woche schon wieder abbrichst, weil es eigentlich viel zu schwierig ist und du das so niemals in deinen Alltag integrieren könntest. Nimm dir 6 Gewohnheiten, die dich alle deinen Zielen näher bringen und von diesen 6 Gewohnheiten machst du jeden Tag mindestens 4, aber maximal 5. Wenn du an einem Tag nur eine Gewohnheit machst, dann machst du am nächsten Tag nicht 10, sondern machst wieder 4 bis 5. Und das sind tatsächlich nicht meine Worte, sondern die Worte vom Neurowissenschaftler Andrew Huberman, der als Neurobiologe und Ophthalmologe an Stanford arbeitet und dessen Podcast Huberman Lab ich in den letzten Wochen stärker durchsuchte als Outer Banks. Und damit kommen wir zum ersten großen Punkt, nämlich der Morgenroutine und da fangen wir erstmal mit 3 großen Sachen an, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Und der erste Fehler, den viele Menschen machen, ist, dass sie sich mehrere Wecker stellen und damit verurteilt man eigentlich seinen nächsten Morgen von alleine schon zum Scheitern, weil in welcher Welt glaubst du, dass du am nächsten Morgen aufwachen wirst und den Wecker nicht einfach nur wegdrücken wirst, um nochmal irgendwie 10, 20 Minuten länger im schönen, warmen, molligen Bett zu liegen. Aber durch dieses Aufwachen, Schlafen, Aufwachen, Schlafen, bringst du leider deinen ganzen Schlafrhythmus total durcheinander und in diesen paar Minuten, die du immer wieder einschläfst und dann wieder wach wirst und einschläfst und wach wirst, werden Hormone ausgestüttet, durch die du, wenn du dann wirklich aufstehen möchtest, nur noch viel, viel müder sein wirst, als du es ohnehin eigentlich schon warst. Und Fehler Nummer 2, den du vielleicht auch machst, ist, dass wenn du vor deinem Wecker aufwachst, irgendwie 10, 20 Minuten vorher, denkst du so, boah geil, jetzt nochmal schlafen, jetzt nochmal schön nochmal ein bisschen dösen und nicht aufstehen und das ist ein Fehler. Denn wenn du um diese Zeit natürlich aufwachst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du gerade am Ende eines Schlafzyklus angekommen bist. Und wenn du dich dann nochmal für 20 Minuten schlafen legst, fängst du sozusagen einen neuen Schlafzyklus an und wenn du dann aufwachst, wirst du richtig am Arsch sein. Das heißt nicht, dass wenn du um 3 Uhr nachts auf einmal aufwachst und dein Wecker geht eigentlich um 6.30 Uhr, dass du dann bis dahin wach bleiben sollst. Aber es heißt, dass wenn du so ungefähr ab 20 Minuten, bevor dein Wecker eigentlich klingeln würde, dann aufwachst, dass du dann einfach mal aufstehst und den Tag einfach ein bisschen früher startest, weil das wird dir sehr, sehr viel mehr bringen, als sich dann nochmal hinzulegen. Und Fehler 3, den viele Menschen machen und ich verstehe, woher er kommt und ich habe es auch häufig schon gemacht, aber es ist einfach total dämliches zu tun und das ist, wenn du am Morgen schon direkt Social Media checkst. Wenn du das machst, erlaubst du dir gar nicht, deine eigene Stimmung zu bilden, deine eigenen Gedanken erstmal kommen zu lassen und selber erstmal dein Gehirn überlegen zu lassen, sondern du lässt praktisch früh am Morgen eigentlich schon mal 50 Leute in dein Gehirn rein und lässt damit von Anfang an dein Tag schon fremdbestimmt sein. Und ich kann dieses Fehler nur so sagen, weil ich eine Zeit lang an genau dem gleichen Punkt war. Aber über Jahre hinweg und durch vieles Rumprobieren hat sich bei mir eine Routine herausgestellt, mit der es wirklich für mich fast schon kinderleicht wird, mit so ein paar Tipps und Tricks morgens easy aus dem Bett zu kommen. Was absolut nicht heißt, dass ich hin und wieder selbst auch nochmal verkacke und mich einfach mal wieder zurück ins Bett lege, aber ich sage mal 90% der Tage schaffe ich es mit dieser Routine wirklich super leicht aus dem Bett. Und dabei ist Tipp 1, den ich hier geben kann, dass du dein Handy oder deinen Wecker nicht auf deinen Nachttisch stellst, sondern ans andere Ende vom Zimmer. Für alle Menschen, die sagen, ich brauche mehrere Wecker oder mein Wecker muss nah an mir dran liegen, damit ich ihn überhaupt höre, holt euch so einen Sonnenlichtwecker für 10, 15 Euro, die kosten echt super wenig, stellt euch den ans andere Ende vom Zimmer und lasst euer Handy vielleicht über die Nacht einfach mal in der Küche liegen. Ich habe dir so einen unten in der Beschreibung verlinkt, aber du kannst wirklich jeden neben dem du findest, egal ob von Rossmann, DM, man findet überall diese Sonnenlichtwecker. Und dadurch ist das Erste, was du machst, wenn du morgens aufstehst, nichts ans Handy gehen, sondern du musst aufstehen, um ihn auszumachen. Du wirst ihn auf jeden Fall hören. Und dann, wenn du dort stehst, dann hast du schon mal eine viel bessere Entscheidung, gehe ich jetzt zurück ins Bett oder wenn ich jetzt schon mal stehe, gehe ich dann direkt vielleicht schon mal weiter unter die kalte Dusche. Aber bevor wir zur kalten Dusche kommen, kommen wir erstmal zu dem, was immer neben meinem Wecker steht und das ist mein Powerdrink. Das ist ein Drink, den ich mir entweder jeden Morgen mache oder schon am Abend vorher und das ist laubarmes Wasser mit ein bisschen Himalaya-Salz, Zitrone und Apfelessig. Dieser Drink kommt so 1 zu 1 zwar nicht von Andrew Schuberman, aber der hat unglaublich viele Vorteile. Über die Nacht verliert unser Körper unglaublich viel Wasser, also um die 2 bis 3 Liter. Und deswegen empfiehlt auch er, dass man am Morgen immer erstmal viel Wasser trinkt und auch ein bisschen Salz rein tut, damit man seine Elektrolyte und seine Mineralienhaushalten wieder auffüllt. Apfelessig ist gut für die Verdauung, hat noch ungefähr 3000 andere Vorteile. Und genauso haben wir auch Zitrone mit Vitamin C, deswegen sollte man auch nicht zu heißes Wasser reinmachen, aber schon lauwarmes, damit dein Körper es besser verarbeiten kann. Und ich persönlich kann auch lauwarmes Wasser viel besser trinken als kaltes Wasser. Aber auch Zitrone ist gut für die Verdauung und hat ungefähr 3 Millionen Vorteile. Das heißt, ich stehe morgens auf, gehe zu meinem Wecker und fange dann sofort an, diesen Powerdrink zu trinken. Und der ist gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich dran. Mit diesem Powerdrink stelle ich mich dann etwa auf den Balkon oder ans Fenster und bekomme möglichst direktes Sonnenlicht. Falls es morgens noch dunkel ist, mache ich alle Lichter in meinem Haus an und gucke in dieses fette Licht hier rein. Und dann sobald die Sonne draußen ist, ist es super wichtig, dass wir so 5 bis 10 Minuten direktes Sonnenlicht bekommen. Und es ist egal, ob es durch Wolken ist, aber es darf auf keinen Fall durch eine Fensterscheibe sein. Und dieses Sonnenlicht bringt uns eine 50%ige Steigerung von Dopamin, Cortisol und Epinephrin. Epinephrin ist das gleiche wie Adrenalin. Wenn ich dann in diesen 10 Minuten meine ca. 0,75 Liter Flasche getrunken habe und genug Sonnenlicht bekommen habe, dann gehe ich unter die kalte Dusche. Und ich will gar nicht so genau auf die 10.000 Effekte von kalten Duschen eingehen, aber die beiden wichtigsten sind natürlich erstmal, dass es für die mentale Energie wichtig ist, weil es einfach jeden Morgen Neuüberwindung kostet, mich ca. 1,5 bis 3 Minuten unter die kalte Dusche zu stellen. Aber auf der anderen Seite werden dabei auch Adrenalin und Dopamin ausgeschüttet. Was mir super gut hilft, ist, dass ich mir einen Song ermache, den auf ca. 2 Minuten vorspule und dann so lange unter der kalten Dusche bleibe, bis der Song vorbei ist. Aber was Dopamin und Adrenalin machen, ist, dass Adrenalin kennen wir als diesen Schock, den wir haben und der uns erstmal richtig wach macht. Und Dopamin ist unglaublich wichtig für unser gesamtes Belohnungssystem. Es ist wichtig dafür, dass wir motiviert sind, dass wir einen Antrieb haben. Aber darauf möchte ich jetzt auch gar nicht so genau eingehen, weil da ist wirklich eine unglaublich tiefe Wissenschaft hinter. Aber der wichtige Effekt der kalten Dusche ist, dass dadurch unser Dopaminspiegel anhaltend erhöht wird. Nach Studien haben wir bei der kalten Dusche bezogen aufs Dopamin ähnliche Effekte wie bei Kokain. Nur bei Kokain ist es so, dass der Dopaminspiegel ziemlich schnell ansteigt, aber auch dann super schnell wieder abfällt. Bei einer starken Cold Exposure, also einem Eisbad oder einer kalten Dusche, ist es so, dass der Dopaminspiegel bis zu drei Stunden lang über dem Basislevel bleibt. Das heißt, du hast drei Stunden per se schon mal einen stärkeren Antrieb, höhere Motivation und generell auch eine bessere Laune. Und das gepaart mit dem Sonnenlicht bringt mir morgens wirklich immer schon mal so einen richtigen Kickstart in den Tag. Bei der kalten Dusche mache ich auch nie meinen Kopf nass, sondern immer nur ab dem Hals, weil ich dann schnell rauskommen kann, mich abtraunen kann. Und dann geht es zum nächsten Schritt und zwar dem Workout. Als Workout gehe ich entweder ins Gym oder ich gehe laufen und das hilft auch bei der Cortisol-Ausschüttung, was so eine gewisse Cortisol-Aufwachreaktion mit sich bringt. Das heißt, auch durch dieses Verhalten wieder steuern wir unseren Zirkadian-Rhythmus und wir erhöhen für den Rest des Tages unseren Mut, unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus. Von Andrew Schuberman habe ich auch, dass man nach körperlich stark anstrengenden Aktivitäten nicht mehr kalt duschen soll, sondern immer warm. Deswegen gehe ich danach erstmal warm duschen, mache mir einen Kaffee, wenn ich es brauche, ich journal und ich lese mindestens eine halbe Stunde. Bei vielen Menschen ist es so, dass das erste, was sie am Morgen brauchen, erstmal einen Kaffee ist. Aber was das macht, ist, dass das Koffein bei dir die Adenosin-Rezeptoren blocken. Und Adenosin ist laut Andrew Schuberman so einer der größten Gründe, warum wir müde werden und schläfrig über den Tag. Und wenn wir unsere Adenosin-Rezeptoren direkt am Morgen blockieren, aber sich dieses Adenosin trotzdem über den Tag hinweg aufbaut, dann ist es so, dass sobald das Koffein sich abbaut, also die Rezeptoren wieder frei werden, das gesamte Adenosin auf diese Rezeptoren knallt und dann erleben wir diesen Mittags- bis Nachmittags-Crash. Deswegen, auch wenn es hart ist und auch ich bin ein Riesenfan von Kaffee und ich liebe den Geschmack, aber in den ersten 90 Minuten bis 2 Stunden vom Tag ist es super wichtig, erstmal keinen Kaffee zu trinken, damit man den Tag über hinweg wirklich einen hohen Fokus hat und nicht nachmittags bis mittags müde wird. Meine Eltern haben mir tatsächlich, weil ich Kaffee am Morgen so sehr liebe, zum Geburtstag entkoffinierten Kaffee geschenkt. Und häufig ist es so, dass ich je nach Hunger so bis 10 bis 12 Uhr eigentlich nichts esse, weil natürlich A Intervallfasten echt unglaublich gut für unseren Körper ist, aber B ist es auch so, dass wir dadurch ein erhöhtes Adrenalin-Level haben und Adrenalin lässt uns unglaublich fokussiert arbeiten, was mir beim Lernen für die Uni, aber auch jetzt beim Schneiden von Videos oder was auch immer echt sehr, sehr stark hilft. Du bemerkst bestimmt schon, dass das heißt, dass wir in den ersten Stunden am Tag ein erhöhtes Level an Dopamin, Epinephrin und Cortisol haben. Und genau deswegen sagt Andrew Huberman, dass wir in der Zeit, also in den ersten 9 Stunden nach dem Aufwachen, sogenannte Linear Habits durchführen wollen. Und dann ab der 10. bis ca. 16. 17. Stunde nach dem Aufwachen führen wir die Non-Linear Habits durch. Und in den Stunden 17 bis 24 ist klar, was wir machen, da machen wir nur eine einzige Gewohnheit und das ist Schlafen. Aber was genau sind Linear und Non-Linear Habits und wie genau sollen wir die Wannen durchführen? Linear Habits sind im Prinzip nichts anderes als Gewohnheiten, bei denen wir einen klaren Ablauf haben und wir genau wissen, wie sie durchzuführen sind. Das ist z.B. bei mir das Workout oder das Schneiden von TikToks, bei denen ich immer den gleichen Ablauf habe. Das heißt, nach meinem Workout und der warmen Dusche mache ich immer erstmal die Sachen, die möglichst stumpf sind, wo ich möglichst schon mal so einen geregelten Ablauf habe. Also die Gewohnheiten, die ich mir aufbauen möchte, wo ich weiß, okay, ich habe hier einen Schritt-für-Schritt-Ablauf, den ich so durchführen kann. Das Problem ist nur, dass ich Ziele in meinem Leben habe, für die ich Gewohnheiten brauche, die eher Non-Linear Habits sind. Egal, ob es jetzt ums Lernen von meinem Medizinstudium oder um Sport oder um meine Social-Media-Kanäle geht, das sind alles eher immer Non-Linear-Gewohnheiten, die mich zu meinen Zielen führen. Und ich glaube, du kannst dir schon denken, was genau Non-Linear Habits sind, denn das sind die Gewohnheiten, die mehr Kreativität erfordern, wo es keinen genauen Ablauf gibt. Also wie bei mir z.B. das Scripten von YouTube-Videos oder das Erstellen von Mindmaps oder das Lernen von neuen Themen. Das sind alles Sachen, wo ich nicht weiß, okay, ich habe keine 1-zu-1-Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich so durchführen kann, sondern es ist eher ein Prozess, den ich machen muss, wo ich mir sagen kann, ich nehme mir so und so viel Zeit für diese Gewohnheit, aber ich weiß nicht genau, was am Ende rauskommt. Trotzdem sagt Andrew Huberman, dass wir nicht nur in 90-Minuten-Zyklen schlafen, sondern dass wir auch über den Tagen weg eigentlich in 90-Minuten-Zyklen leben. Deswegen gehe ich nach dem Workout oder nach dem Lernen meine ganzen Sachen so an, dass ich mir einen 90-Minuten-Timer stelle und 90 Minuten lang arbeite. Neurowissenschaftlich können wir uns für ca. 90 Minuten am besten auf ein Thema konzentrieren. Und in diesen 90 Minuten wird man zwar immer Ups und Downs haben und es gibt Phasen, da bist du richtig in diesem Tunnel drin und es gibt Phasen, da bist du ein bisschen unkonzentrierter. Aber 90 Minuten ist so diese grobe Grenze, die man für sich als Timer stellen sollte. Nach diesen 90 Minuten mache ich häufig ein NSDR-Protokoll, einfach um das Gelernte nochmal zu vertiefen, aber darüber kann ich nochmal in einem anderen Video genauer sprechen, wie genau meine Lernroutine ist. Oder ich meditiere einfach so, weil es für meinen Kopf einfach unglaublich viel bringt, wenn ich dann nochmal diese 10 Minuten einfach abschalten kann. Und für alle, die von NSDR noch nichts gehört haben, das steht für Non-Sleepy-Breath-Protokoll. Und was man da im Prinzip macht, ist, dass man sich auf die verschiedenen Stellen von seinem Körper fokussiert und einfach so eine besonders tiefe Entspannung in seinem Körper hervorruft. Und wenn man vorher gelernt hat und dann diese Entspannung hervorruft, dann ist es so, dass unser Gehirn das Gelernte von ihm viel, viel besser verarbeiten kann. Da hat man einen ähnlichen Effekt, wie wenn das Gehirn das Gelernte im Schlaf verarbeitet, aber das direkt nach der Lernsession schon. Aber neben diesen NSDR-Protokollen gibt es noch super, super viele weitere Tipps, die rund um meine ganze Lernroutine gehen, wie zum Beispiel, wie ich in schnellen Fokus komme, wie ich fokussiert bleibe und all sowas. Also falls du noch ein Video dazu sehen möchtest, wie genau ich meine Lernroutine angehe, welche Schritte ich genau gehe, um fokussiert zu bleiben, um schnell ins Lernen reinzukommen, um mir das Gelernte besser zu merken, dann schreib mir gerne einmal diesen Emoji hier in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann habe ich hier nochmal ein Video über meinen Schritt-vor-Schritt-Lernprozess, also nicht die Routine, sondern das, was ich mache, wenn ich an sich lerne. Und sonst hoffe ich, dass durch das Video klar geworden ist, dass wir uns über den Tag hinweg durch so kleine neurowissenschaftliche Tricks einfach wirklich so viel mehr Fokus und Energie und eine so viel bessere Laune hinweg aufrechterhalten können. Wenn dich sowas interessiert, dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Video ein Like geben könntest und den Kanal abonnierst. Und sonst hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.